Hallo liebe Freunde und da sind wir jetzt wieder nach dem Intro wie versprochen da ist irgendwo der Napo, da ist der Napo getarnt Was, 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 wo? So und wir werden uns jetzt einfach mal eine Hüte bauen, oder? Also wir haben hier wie gesagt unseren Schlag-Stock Schlag-Stock, der Herr Also, das ist ähm, ja das ist Paul Pur so wie man ihn kennt Ich bau jetzt noch einen Baum ab, ich würde sagen, fang jetzt mal mit der Hülle an Ich bau jetzt den Buka aus Nix Ich bau mir so ein riesen Hotel, weißt du? Ja genau So wie bei Terraria, ein riesen Hotel für NPCs ohne Ende Oh, ein Apfel, oh Oh Kürbisse, geil Ich kann mich vor Endermans schützen Ja, schöner Skin, ne? Ihr noch ein... Neu, setz den mal auf, ey, das ist überhaupt kein Schleichwerben Ey, was ist das denn? Ne, warte Ähm Was mal, war das nicht mit dem Horrorcraft und so? Oh ja, aber der ist aus Glas, der ist in der Pilze Oh, Glas, mhm Oh ja, Sucker Oh, Pilze Jetzt haben wir es, äh, 0 Uhr 3 am 25.05.2014 Ähm, es hat dann nicht mehr so lange gedauert, bis es ja nach wie er konnte Ich bin gerade das erste Mal auf Zombies getroffen, oder sowas Keine Ahnung Aber Wir sind auch überhaupt nicht müde, oder so Sonst würden wir hier nicht zocken Machst einfach so wie dir eine, äh, wie der eine Bekannte Mich Cola mit Energy Drink und Kaffee Schmeckt bestimmt Lol, hast du das auch schon gehört? Ja, ja, ich hab's halt Ich hab die sich gestellt Ich hab's ja angefangen gemacht Ja, mach die hin, danke Machst du die Sender an den Spitzhacken? Nein Ich bin schon längst dabei Mir doch egal, dann mach ich extra Holz? Ja Nein, der nimmt Drogen Doch, nimmt Drogen, nein Lass das sein Der sieht hier so aus wie der da Ja, halt das Guck mal Wow, wow, ein halbes Herzschad Geil, Mann, ich glaub die Stärke bringt nichts Nee, überhaupt nicht Ich glaub das hätte ich irgendwie anders verzaubern müssen Wo bauen wir denn unser Bunkerlein? Och, nö, oder? Holzachst, heh 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 Ja, mein ich doch auch Ahhhh Läuber Ich werf die weg Und hol mir das Zeug wieder Ja, mach mir auch Oh, ja, das sind ja deine Ich werf die jetzt da rein Vergrafen Ja, das war ein Fail Warte mal kurz Das waren wieviele Stöcke? Vier, ne? Vier Stöcke und... Super, das geht gerade vier Minuten Und wir haben jetzt schon ge-cheatet Ja, wussten wir aber, weil... Weil Napo inkompetent ist Ich wusste doch nicht, dass du den scheiß Plugin da drauf hast War doch klar, aber das ist der Standort-Server Ich war mir nur Zeb Man Ich war's nicht War das jetzt nur einer? Dann kotze ich Du sollst einfach Game Mode gehst, ne? Nö, kein Bock, Alter Das seh ich nicht ein Ich geh doch jetzt nicht in Game Mode, Alter Das... das wär Cheaten, hallo? Ich cheate doch nicht Ich hab ne Höhle gefunden Ah! Das gelent Komm her! Auf die Fresse, hier! Bam 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 Aua! Aua! Nein! Zombie Man! Aua! Ich desertiere! Tschüss! Ihr könnt mich Verrückt Zombie Bam! 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 Oh mein Gott, noch ein Zombie! Nein! Hau ab! Aua! Hilf mir! Aua! Es tötet mich! Ich hab ne Höhle gefunden mit Skeletten! Ja genau! Und ich bin weg! Es tötet mich! Aua! Mann! Da war so viel Kohle! Ja, hier ist auch Kohle! Schön, ne? Varek! Fucking Skelett! Ich weiß nicht was du jetzt machst, aber ich krab dich jetzt ein! Ich hab ein Skelett getötet! So und jetzt wart ich hier! Hehehe! heal mich ein bisschen! NEIN! Hehehe! Nein komm! A.P! Ok, also, wir sehen uns, morgen früh, tschüss. Oh, hallo süßer. Nein, das darfst du nicht sagen, sonst würdest du in Russland verbruchen. Na, geh du mal da rein, geh du mal da rein. In Russland, ja, natürlich. Na, Zombie! Also raus kommen wir schon mal nicht mehr, ok? Du bist... Mein Zeug! Der hat dein Kürbis auf. Der Pister. Ja, warte, was kriegst du? Ja, warte, was kriegst du? Du kriegst ein Schlagkoch, das kriegst du... Oh nein! Creeper! Das ist der ganze Zeug da! Der Pister! Nein! Fängt dir gut an, ey! Hahaha! Na, wie kommt's da drauf? Oh! Rote Pilze! Gib! Ich bin Pilz-Supermacher! Warte mal fragen, wir basteln diese Höhle einfach zu unserem Zuhause hier! Aber erstmal... Will ich die Nacht über... Lol, das ist die gleiche Höhle, Paul! Naja, war mir schon fast klar! Ich höre einen Slime! Dein Ernst? Ich höre einen Slime! Komm mal kurz raus! Raus! Na, woher wir auch reingekommen sind? Ne, andere! Aua! Ich höre grad einen Slime oder sowas! Warte mal, ich stelle gerade mal eine... Anleger-Einstellung, ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oder es waren die schwimmenden Skelette! Ey, hast du vielleicht noch mal eine Axt? Äh, meine Spitzhacke und so? Ja! Will haben, gib! Danke! Du weißt schon, dass die Spinnen da bei der Erde Zeug noch durchkommen? Doch! Die konnten rüberklettern! Die können Winde hoch! Was ist mit den Gift-Spinnen? Die sind nur ein Feldgroß! Von der 6.9. Ich bin immer noch ganz glücklich! Schön, meinst du? Aber was ist, wenn ich es nicht schön haben will, sondern kalt? Kalt ist nicht! Wie so ne Kaserne, weißt du? Wie ne Kaserne! sehr gut alles gelötter ich mag die Skelette nicht die Skelette sind mehr unsympathisch guck dir guck dir die guck dir die Skelette an Alter guck sie dir an hier guck oder auf die Fresse und BAM Warte die fiss dich jetzt hart Alter Aua die greifen sich jetzt gegenseitig an Skelett gegen Skelett wer mitgewinnen ich bin ja das Skelett hat gewonnen wer hätt's gedacht das Skelett schießt immer noch auf den anderen ja wenn irgendjemand der deutsch spricht das Video mal sehen wir in den nächsten 5 Milliarden Jahren 3 3 3 3 4 4 4 5 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 Alter, weißt du das auch? Das ist doch ein Slime, oder? Das ist ein Slime, ja. Ich muss mal ganz stark drauf gucken. Das war ein sterbendes Huhn. Ich töte doch keine Hunger. Nein. Ich verreck gerade. Du hast noch mein Essen und so. Ja. Ich bin kurz vor Hunger. Ja, ich bin kurz vor Hunger. Ja, Mann. Ich habe keinen Bock, perfektes Deutsch zu sprechen. Also mache ich dieses Ausländerdeutsch. Oder so. Keine Ahnung. Mach doch, Mann. Nee, lieber nicht. Ich habe nichts gegen schwarze Hunde. Ja, wer denn sonst, he? Mach irgendwie, mach so eine, weißt du? Mach einfach in den Titel irgendwie so, Achtung, schwarzer Humor oder sowas rein. Nicht für Zuschauer, die keinen schwarzen Humor verstehen. Da backt sich gerade ein Stück. Erde rum. Aber egal. Ha! Guck mal her! Weißt du da, der deutsche Soldat? Ich habe gar keine Musik. Oh, ist gestorben. Ich habe einen Huhn getötet. Hast du schon eine Spitzhacke? Ja. Stein? Ja. Ich weiß es ja nicht gut, was du rumrennst. Mann, das ist direkt schön. Nee. Kein Bock. Schön ist scheiße. Obwohl. Also wenn wir die kompletten Wände und so aus Wolle machen, bin ich dabei. Aber nur aus pinker Wolle. Natürlich. Aber eigentlich nicht. Guck mal. Ich habe es jetzt hier anders handelt. No man. Ja. Ey, ich habe halt gerade kein Geld. Ja, ich weiß. Ey, guck mal, ich mache da gerade auf. Guck mal, jetzt können da Viecher durch. Ich frage mich zwar, was das mit dem Let's Play zu tun hat, dass ich kein Geld für Minecraft habe. Ja, natürlich. Ich blockiere. Und?